Herzlich Willkommen in Bordeaux, liebe Gäste. Bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt sitzen, bis unser Kapitän Patrick Liener die Anschnallzeichen ausgeschaltet hat. Im Namen der Deutschen Lufthansa und Starlines bedanken wir uns bei Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt hier in Bordeaux, vor allem eine angenehme und sichere Weiterreise. Öffnen Sie gleich die Gepäckpenge.